Wir Zwillinge, wir spielten wie unter einer schalldichten Glocke. Und wenn die Glocke nicht ausreichte, dann... Can't you see I'm so trapped? Dann legten wir uns ins Bett und zogen einander die Klamotten aus. So in love... Sonst schauten dorthin, wo Ali Brüste wuchsen und mir nicht. Out of my head. Whoa. Wenn du mich anschaut, was ich war, er oder eine Sieg... So trapped. Ich bin hier, ohne zu wissen, ob Anton überhaupt je hier gewesen ist. Anton hat geschrieben. Nur wegen einer Postkarte aus Istanbul. Ob die mich reinlassen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich meinen Bruder wiederfinden will. Ich weiß, woran der Beamte hinter der Scheibe zweifelt. Ob ich ich bin. Ich sehe nicht mehr so aus wie auf dem Passfoto. Sogar meine Mutter gibt zu, mich auf Fotos nicht wiederzuerkennen. Geht es dir darum, noch mehr jünger zu sein als dein Bruder? Oder was willst du dir halt beweisen? Ich will, dass du mich ab jetzt Anton nennst. Ich will auch was von diesem Zeug. Ich will auch mit Testosteron anfangen. Wo kriege ich das her? Wir wünschen uns Vorfahren, die so waren wie wir. Ich will Autos.